hallo meine lieben herzlich willkommen folge 76 von skyrim 2 eine lange reise hier ist euer alter sack und wir suchen weiter nirnwurz so hier oben waren also beide bei den tollen hier waren die trolle vorher irgendwo irgendwo waren da noch welche ich hätte mal irgendwo noch welche sehen aber ich weiß nicht mehr wo so die zwei hier unten haben wir geholt gucken und gucken uns erst mal hier um ah Ok, dann gehen wir hier rein. Oh, ah. Jördis, wehrt euch doch. Jawoll. Knister. Jetzt noch nicht erstmal hier, wir suchen, hier ist auch eine Non-Wurz, das weiß ich noch. Oh, schön, Truhe. Hier muss ich runter. Dazwischen, zwischen den Gittern ist die Nürnwurz. Ach so, es fällt mir gerade ein, ich muss mit dem Charakter, was ich aufpassen, weil ich habe ja hier noch keine Verzauberung für Wasseratmung, das fällt mir jetzt gerade ein. Kann ich also nicht stundenlang im Wasser bleiben, wie in der ersten Folge, in der ersten Reihe. Aber da waren wir auch schon größer. Kommt. Fahren wir erstmal hoch. So, was haben wir da? Tür zum Gucken. Und da wurde herkommt, da sind auch noch Nürnwurz, glaube ich. Sogar getroffen. Äh. Wo ich bin. Ich bin so gut. Nicht runter. Gott sei Dank hat noch was liegen lassen. Sehr gut. Aber ich habe einen Fall angeflogen. Da ist noch einer. Ja, da hatte ich keine Chance. Da waren sie. Von die Gurlis. Als Team schneller. Hier ist auch eine Stelle, hier musst du auch richtig aufpassen. Wenn du hier etwas zu weit nach rechts gehst, dann bist du weg, dann rutscht runter. Du wirst du weggespült wie so eine Klofüllung. Ja, da kannst du nichts gegen machen. Also immer schön rechts bleiben. Soweit wie möglich. Soweit als möglich. Sehr schön. Sehr schön. Für jeden Geschmack, was dabei gewesen. Schön durchwachsen. Komm noch her, du. Nein. Ja, endlich. Ja, den. Die Geierkralle wird wieder zugeschlagen. So, ich muss schön aufpassen. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. So, wo geht's hier? Reibt da. Ich bin direkt hinter euch. Reibt da war doch. Ach, wie hieß das? Wo du auch so eine Teile sammeln musst. So eine blauen. So eine blauen Teile. Also aus Metall für die. Nicht Himmels Schmiede. Nicht für die Ethereum Schmiede. Wie hießen die? Wie hießen die? Die blauen waren die Dinger. Aber hier kommen wir nicht. Wir kommen ja nirgendwo rein. Wahrscheinlich weil wir... Wir haben ja keine Quest und nix. Ja. Habt ihr das hier sehen? Weil hier geradeaus weitergelaufen wäre denn? Äh... Truhe? Ist ne Truhe. Aber das ist doch... Oder? Bin ich jetzt... Ich bin etwas verwirrt. Die Truhe ist das. Und die hatten wir ja schon. Und die hatten wir ja schon. Okay. So, also immer schön aufpassen. Bloß nicht geradeaus weiterlaufen. Dann... Fällst du etwas tiefer runter. Schauen wir mal. Achter von uns wieder so ein Fahrstuhl Schacht. Aber wie gesagt, da finde ich doof. Du kannst von oben aus nicht nach hier runter fahren. Wenn du einmal ausgestiegen bist, du kannst nur nach oben und dann raus. Aber wenn du hierher kommst, um die Quest zu machen, dann... gehst du ja sowieso... nur über den Turm von Zarq raus. Mal gucken, haben wir noch welche? Wir müssen auch noch welche sein. Mal gucken, ob ich welche sehe. Da hinten ist noch. Auf dem Berg da. Wo ist das denn? Wo ist das denn schon wieder? Da auch. Da unten war auch eine. So. Also hier runter. Oder auch nicht. Dann erstmal da drüben runter. Und dann dazu der Treppe hoch. Die Plattform ist da erstmal hin. Da ist auch noch eine. Woll. Da drüben sind Pfeil, aber da sind auch noch welche. Dann behaken wir die erstmal. Mal schön mal sehen. Vielleicht kann ich sogar von Weitem... erstmal schön aus der Reserve locken. Weil ich muss ja mein Schießen auch mal skillen. Das war ein bisschen. Da ist schon einer. Da ist noch einer. Das muss man neugierig machen. Ach, jetzt haben die Güllis schon angewissen. Wir gehen natürlich auch wieder. Wieder genau in dem Moment zur Seite, wo man...